Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass Sie so früh schon gekommen sind. Ich bin ja selbst aus der IT-Branche natürlich, ich weiß, 9 Uhr ist immer hart, aber ich werde auch mein Bestes geben, ein bisschen Energie zu übertragen auf Sie und ein bisschen was zu erzählen über Augmented Reality. Ganz kurz zur Firma, es wurde ja schon angekündigt, also wir sind wirklich ein Dinosaurier im Bereich Augmented Reality, haben 2003 schon damit angefangen, haben halt da die vertikalen Märkte bedient, insbesondere mit der Automobilindustrie sehr stark zusammengearbeitet, in allen möglichen Forschungsprojekten uns bewegt und so weiter, wie man halt so anfängt und sind dann eigentlich stetig gewachsen. Wir sind nach wie vor Inhaber geführt, das heißt kein VC oder sonstige Investoren, wir wachsen tatsächlich profitabel, das macht uns auch in gewisser Weise einzigartig, eine Firma von der Größe, die sich nur mit Augmented Reality befasst, 65 Leute, drei Offices weltweit und das macht und finanziert, indem Sie tatsächlich profitabel Augmented Reality Lösungen verkaufen. Das ist schon in gewisser Weise speziell. Wir machen alles im Bereich Augmented Reality, das ist auch wirklich unser Kern und Sie können alles, was Sie wollen im Bereich Augmented Reality auch von uns bekommen. Grundlagentechnologie, wenn Sie irgendwas Low-Level in Ihre Hardware meinetwegen, in Ihr Auto oder sonst was integrieren wollen. Wir machen Werkzeuge und wir haben auch ein End-Consumer-Produkt, das nennt sich Junayo. Inzwischen ist es einigermaßen bekannt, insbesondere in Deutschland. Und ich werde natürlich noch ein paar Beispiele dazu geben. Ja, alle sagen, Sie sind Augmented Reality-Experten. Wir können es beweisen als deutscher Ingenieur, der muss ja immer alles beweisen können, also über 80 Patente weltweit im Bereich Augmented Reality. So, das zum Thema Einführung. Wer hier im Raum kennt Augmented Reality noch nicht? Okay, dann erkläre ich es nochmal ganz kurz. Grundsätzlich geht es darum, wir haben ja die reale Welt. Die umgibt uns. Die sollte man kennen, wenn man nicht zu viel Bier getrunken hat, ist die eigentlich relativ real. Und dann gibt es Virtual Reality. Wer kennt denn Virtual Reality noch gar nicht? Okay, da habe ich Glück. Also da gibt es Virtual Reality, das heißt, da ist alles virtuell. Und was Augmented Reality im Prinzip bedeutet, ist, dass wir versuchen, diese beiden Welten miteinander zu mischen. In Echtzeit, ganz natürlich, dreidimensional, sodass es dem Menschen ganz natürlich auch vorkommt. So, das Ganze nochmal ein bisschen theoretischer aufgearbeitet von einem Japaner. Rikimoto 1994 hat das Ganze so ein bisschen als schematisch nochmal beschrieben. Und da ist insbesondere jetzt interessant, der Teil A, das ist nämlich das, wo wir uns heute hauptsächlich befinden. Und der Teil A ist im Prinzip die Computerwelt da hinten, irgendwo hinter dieser Glasscheibe. Und die reale Welt hier und da ist eigentlich nichts Virtuelles drin zu sehen. Und da ist dieser Gap dazwischen. Und dieser Gap heißt heutzutage Desktop. Und natürlich kommt das iPad und es kommt das iPhone und es kommt Android. Und alle sagen, ja Wahnsinn, das ist ja ein total neues User Interface. Im Prinzip ist das Neue tatsächlich das Multi-Touch. Ansonsten ist es ein Desktop. Das heißt, die Revolution war tatsächlich, man geht von diesen Zahlentasten, geht man jetzt auf ein Desktop-Interface bei den Mobile Phones. Das, was wir bei Computern schon lange haben mit der Maus und so weiter. So, dann haben wir Virtual Reality oben rechts. Da bewege ich mich quasi voll rein in die virtuelle Welt, am erfolgreichsten eigentlich im Bereich Computerspiele. Und dann haben wir D. Und D ist im Prinzip das, was wir versuchen zu erreichen, dass wir wirklich diese Computerwelt rausholen hinter der Glasscheibe und reinholen in unsere Umgebung, dort, wo es überall Sinn macht. Und das soll dazu führen, dass es wesentlich einfacher und natürlicher wird, mit diesen digitalen Informationen umzugehen, die sich irgendwie auf die Realität beziehen. Für die Leute, es waren jetzt ein paar, die kannten Augmented Reality noch nicht. Viele haben es schon davon gehört, weil 2010 war nämlich so in gewisser Weise das Jahr der Augmented Reality Mockups. Es ist nämlich unglaublich einfach, Augmented Reality-Ideen mit Hilfe von PowerPoint oder Photoshop-ähnlichen Tools aufzubauen. Und es ist wahnsinnig schwer für uns als Techniker, das Ganze dann wirklich auch in die Realität umzusetzen. Deswegen 2010 war so ein bisschen das Jahr der Mockups. Alle möglichen Ideen hier der Japaner, der auf der rechten Seite dieses Glasgerät entworfen hat, hat zum Beispiel den Red Dot Design Award für dieses Konzept entworfen, ist auch ein wunderbares Konzept. Auf der linken Seite dann diese ganzen Geschichten, man zeigt auf Personen und dann sieht man Registered Sex Offender ist der eine, Slutty Girlfriend ist das andere. Also alle möglichen Ideen wurden da aufgezeigt. Teilweise auch ein bisschen scary, muss man sagen, aber keine Sorge, das ist noch nicht die Realität, weil da ist ein Haufen Arbeit noch zu tun, bis das wirklich alles so funktioniert, wie es auf PowerPoint so leicht erscheint. Ich weiß noch, wie ich einmal nach Japan gegangen bin, da habe ich einen Kunden besucht und habe denen so unsere Lösung gezeigt und die haben mich angeguckt und gedacht, ja was will der denn, das ist doch gar nichts. Ich habe doch schon wahnsinnig tolle Filme gesehen, was die alles können. Und natürlich gibt es in Japan immer noch diese Sprachbarrieren und man verständigt sich nicht ganz so leicht. Und dann habe ich dann wirklich zehn Minuten nachfragen müssen, bis ich ihn irgendwann soweit hatte und sagte, haben Sie es in der Hand gehabt und selber ausprobiert? Und dann hat er irgendwann gesagt, nee. Und dann habe ich endlich sagen können, ja, dann war das wieder einer von diesen Filmen und das macht es für uns gar nicht so leicht manchmal. So, das heißt, wir haben diese wahnsinnig tollen Visionen, wir haben diese wahnsinnig tollen Ideen von ganz vielen Menschen, die sagen, was man mit Augmented Reality alles machen kann. Und dann haben wir diese User Perception, ich rede jetzt insbesondere über mobile Augmented Reality, das heißt, was haben die Leute, was erleben die Leute tatsächlich. Und das war insbesondere letztes Jahr vor allen Dingen, dass man sich irgendwie so umschauen kann mit seinem Handy und um einen rumfliegen so Punkte. Und das ist natürlich schon mal cool, das ist eine tolle Location-based App. Ja, da gibt es Junio von uns, dann gibt es Layer, dann gibt es Wikitude, gibt es alle möglichen Lösungen, ist auch nicht so leicht, allzu schwer selber zu bauen. Also ihr habt diese ganzen fliegenden Punkte und das ist dann Augmented Reality. Und das ist natürlich doch nicht so ganz die tolle Vision, wie wir sie uns vorgestellt haben. So, und dann gleichzeitig gibt es diese unglaublichen Market Growth Ankündigungen von den ganzen Research Instituten. Und natürlich, uns bringt es jetzt gar nicht so viel, muss ich sagen, weil wir ja nicht an der Börse gelistet sind oder irgendwelche Investoren gerade brauchen oder irgend sowas. Aber es ist natürlich schon ganz interessant zu sehen, wie die jetzt auf einmal da so einen Multi-Milliarden-Dollar-Markt ankündigen in den nächsten Jahren aus diesen rumfliegenden Punkten. Und da fragt man sich natürlich, sind das jetzt wieder so Banker-Typen, die erzählen einem ja alles Mögliche immer mal wieder, da ist ja das Misstrauen inzwischen auch gewachsen. Kann ich denen eigentlich trauen mit ihren Markenzahlen? Und wir haben es natürlich da selber auch nochmal Gedanken gemacht und sind zu dem Schluss gekommen, ja, es wird tatsächlich ein großer Markt werden, weil es bestimmte Punkte gibt, die sich ändern werden in der Kürze. Die Frage ist, ist dieser Punkt, der sich ändern wird, um Augmented Reality zur Killer-App zu machen, ist das eine einzelne Applikation, die dazu führen wird? Oder was ist das eigentlich? Und jedes Mal, wenn mich jemand fragt, was ist denn jetzt die Killer-App für AR? Immer diese Frage nach der Killer-App. Dann kann ich, oder habe ich mir angewöhnt inzwischen, immer eine Frage zurückzugeben und die lautet, ja, was ist denn die Killer-App für ein Touchscreen? Und auch da steht man so ein bisschen da und denkt, ja, Gaming, Shopping, was ist es denn jetzt ja eigentlich alles nicht so richtig? Und im Prinzip Mobile Computing in general, so kann man es eigentlich nennen, Mobile Computing in general hat eigentlich den Touchscreen dazu verholfen, dass sie jetzt die Verbreitung haben, die sie haben. Und ich denke, wir haben alle wahrscheinlich so ein Touchscreen jetzt in der Tasche. So, wenn wir uns jetzt die Historie angucken des Touchscreens, dann kann man wahnsinnig lustige und wirklich interessante Movies aus den 80er Jahren sich dazu anschauen. Hier von 1984, das war dieser erste TED-Talk. Und da hat der Nikolaus Negroponte zum Beispiel, als User Interface-Experte vom MIT, glaube ich, damals, den ersten Multi-Touch-Prototypen vorgestellt. Ja, Multi-Touch und da waren es dann auch noch so ganz abgefahren. Das wurde natürlich vom Militär finanziert, es war alles teuer. Und da waren dann natürlich die Szenarien so, ich kann jetzt im Battleship, kann ich irgendwie die Boote hin und her bewegen und meine Schlacht planen. Das waren so die ersten Multi-Touch-Ideen. Und dann hat es wirklich 23 Jahre gedauert, bis 2007 das iPhone tatsächlich zum ersten Mal den Touchscreen zum Mainstream gebracht hat. Es gab dazwischen natürlich alle möglichen anderen Lösungen. Es gab Windows-basierte Lösungen, Compact, iPack. Haben einige von uns Experten mal in der Hand gehabt, sage ich mal. Aber es war natürlich überhaupt nicht Mainstream. Und dann hat es wirklich 23 Jahre gedauert, bis es in den Mainstream gekommen ist. Und ich sage das so ein bisschen scherzhaft, wenn wir uns jetzt anschauen, wann haben denn die Augmented Reality-Researcher so richtig losgelegt. Für Augmented Reality ist Bildverarbeitung zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Grundlagentechnologie. Da gab es ein ganz wichtiges Buch 1989, Fundamentals of Digital Image Processing. Und dadurch ist natürlich wissenschaftlich erwiesen, in Anführungsstrichen, dass 23 Jahre später, also 2012, Augmented Reality den großen Durchbruch erreichen wird. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen kleiner Gag. Aber ich denke mal, die Richtung stimmt. Und ob es jetzt Ende 2011 oder Anfang 2013 ist, da kann man gerne drüber streiten. Aber es ist schon so, und das werde ich auch gleich erklären, warum ich daran glaube, dass Augmented Reality sich jetzt drastisch weiterentwickelt. Und der Hintergrund dazu, das werde ich genauer erklären, sind vor allen Dingen viele Enabling Technologies. Schauen wir uns im Moment nochmal an, wie wird denn jetzt nochmal Augmented Reality heute genutzt. Wir haben ja glücklicherweise mit Junario eine wahnsinnig tolle Testplattform. Ungefähr eine halbe Million Leute benutzen das regelmäßig. Das heißt, wir haben eine super Experimentierplattform, um zu schauen, was machen denn die Leute tatsächlich heutzutage mit Augmented Reality. Und das sind so in etwa die Szenarien. Einmal im Monat machen die den Augmented Reality Browser auf und schauen, was gibt es Neues. Und da ist immer dann irgendwas Neues da, irgendwas Aktuelles, Interessantes. Zum Beispiel hat jetzt jemand einen Channel reingestellt, Kernkraftwerke in deiner Nähe. Können Sie alle ausprobieren, wenn Sie sich Junario runterladen für Android oder iPhone. Dann können Sie sich umschauen und sehen, wo ist denn das nächste Kernkraftwerk. ISA 1 zum Beispiel ist 46 Kilometer vom Münchner Flughafen entfernt, wo ich dieses Bild gemacht habe. Das ist was. Das guckt man sich aber einmal an und dann weiß man, wo das nächste Kernkraftwerk ist. Ganz interessant. Hat man sich kurz mit beschäftigt, aber das war es dann auch. Dreimal im Jahr, das sind ja immer die Szenarien, die auch so gern gezeigt werden, weil sie jeder versteht. Aber sie werden nicht ständig benutzt. Dreimal im Jahr ungefähr benutze ich Augmented Reality, um mir touristische Informationen anzeigen zu lassen. Da gibt es wahnsinnig gute Informationen von Wikipedia, aber auch Lonely Planet. Unheimlich viele Datenbanken, die zu fast jedem Gebäude, was irgendwie historischen Wert hat, mir Informationen anzeigen können. Ich kann also einfach auf die Kirche halten, sogar hier in Rosenheim, habe ich das ausprobiert. Ich halte auf die Kirche in Rosenheim und sehe direkt ein bisschen zu der Geschichte von Rosenheim. Aber auch das mache ich jetzt nicht täglich. Ich bin nicht täglich in Rosenheim und schaue mir da Kirchen an, sondern eigentlich arbeite ich die meiste Zeit und dreimal im Jahr mache ich vielleicht sowas. Und dann gibt es diese Special Augmented Reality Experiences. Eine davon haben wir jetzt hier, Big Five, also als Jäger mit mir natürlich auch ein Begriff. Also kann man jetzt hier die Big Five jagen. Mit Junayo kann man hingehen und auf diese Plakate halten und was gewinnen zum Beispiel. Ist auch mal cool, weil jeder kann mal Augmented Reality erleben und mal sehen, wie das so funktioniert. Es gibt noch andere Beispiele, mit der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel haben wir ein Magazin mit Augmented Reality ausgestattet. Da kann man draufhalten und so Zusatzinformationen sehen, was die Leute gedacht haben sich bei dem Fotoshoot und solche Geschichten. Oder tatsächlich ein Riesenerfolg in England. Wir haben ganz verrückte Anfragen von insbesondere älteren Briefmarkensammlern bezüglich dieser Anwendung. Und zwar die erste interaktive Briefmarke zum Beispiel. Ich kann also mein Handy auf die Briefmarke halten und dann startet ein Film. Eigentlich super einfach, aber für natürlich die Sammler ist es tatsächlich, die erste interaktive Briefmarke muss man haben. Ist Wahnsinn. Okay, das sind aber alles, wie wir sehen, alles so Special Events so ein bisschen. Alle lernen so ein bisschen, wie Augmented Reality funktioniert, probieren da mal ein bisschen mit rum. Sehr erfolgreich tatsächlich ist auch das, was wir im Moment mit Galileo machen, ist, dass zweimal die Woche zum Beispiel man beim Galileo Smart Quiz mitmachen kann. Man hält Genario auf dem Fernseher drauf. Wir erkennen das Fernsehbild und man kann dann interaktiv an diesem Quiz teilnehmen. Wir blenden quasi Touch, also Buttons auf dem Fernseher ein und selbst der alte, uralt Screen wird zum Touchscreen und ich kann mitmachen. Das macht man jetzt zweimal die Woche. Es wird schon mehr Mainstream. Genau. So, was wird sich bis 2012 wirklich bewegen? Also, meine Prognose ist, wie gesagt, 2012 Ende, Anfang, da mache ich jetzt keine genauen Aussagen, aber stetig Stück für Stück. Bewegen wir uns dadurch, dass wir immer mehr Grafikpower da haben, immer bessere Devices haben, bewegen wir uns von so einer Special App, mal einmal Augmented Reality ausprobieren, in den Bereich, wo wir heute mit den Touchscreens schon sind, dass wir Augmented Reality als Teil unseres Lebens immer stärker sehen und uns wirklich das Leben auch erleichtert. So, genau. Dazu jetzt nochmal ein bisschen die Fakten. Das ist jetzt mal eine ganz nette Grafik, die zeigt, wie hat sich denn die Grafikperformance von mobilen Geräten in den letzten, ja, 11, 2009, also in den letzten anderthalb Jahren verändert. Und man sieht, es hat sich im Prinzip verfünffacht, fast, ja. Wenn wir jetzt anschauen, das Motorola Droid, das war ja schon toll, so ungefähr. Und wenn man jetzt das vergleicht mit dem LG Optimus oder LG Optimus 3D, das sind Welten dazwischen, ja. Und das wird inzwischen Standard, dass auch normale Smartphones einfach ein Dual Core haben, ja. Und dann gibt es jetzt doch diese Superphones, da gibt es dann immer mehr neue Geräte, die sich da ansiedeln in dem Bereich. Dann kommen noch andere Geräte dazu. Aber grundsätzlich kann man sagen, wir kriegen immer mehr Power. Und die Power, die können wir gut gebrauchen. Weil wir zum Beispiel Augmented Reality wesentlich angenehmer machen, wenn wir optische Tracking-Technologien einbauen. Das ist jetzt ein Movie, ich mache ja viel Research auch, also es sind auch Research-Movies. Die sind aber echt und nicht gefakt, das ist der große Unterschied. Hier sehen wir zum Beispiel links und rechts. Links kann man es leider sehr schlecht erkennen. Links ist GPS und Kompass, das, was im Prinzip alle im Moment machen. Und rechts ist das gleiche Modell auf einem Gebäude. Ein Drache klebt an einem Gebäude mittels optischer Tracking-Technologien überlagert. Und man sieht, dass bei dem Kompass, ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen, da schwirrt irgendwo immer so ein Drache rum, der springt, mal sehr größer, mal sehr kleiner. Das ist halt diese GPS-Ungenauigkeit. Der Kompass, da gibt es dann auch diesen Lag und all solche Geschichten. Und auf der rechten Seite, der verschwindet manchmal ganz kurz, aber im Prinzip klebt er immer an der gleichen Stelle. Und das, was Sie jetzt hier mit dem Big Five ausprobieren können, ist auch nichts anderes als optische Tracking-Technologien. Das heißt, wir erkennen das Poster, das Plakat, auf das Sie draufhalten, und dann verfolgen wir es. Deswegen erscheint das Objekt immer an der gleichen Stelle. Bezüglich der Algorithmen gibt es auch neue Lösungen, die wir vorher gar nicht umsetzen könnten. Weil wir auch den großen Vorteil haben, dass in all diesen Geräten natürlich der Gravitationssensor drin ist, der Kompass drin ist, die Orientierung da ist. Ich weiß jetzt nicht, wer hier mit digitaler Bildverarbeitung sich ein bisschen auskennt. Jetzt werden wir mal ein bisschen technischer. Was wir jetzt hier sehen, ist im Prinzip, ich halte ein Telefon und will versuchen, ein Fenster zu erkennen. Und die normalen Bildverarbeitungsalgorithmen, der bekannteste davon ist SIFT zum Beispiel, Scale Invariant Feature Detector, die kriegen es hin, die Orientierung, also wenn ich so gucke oder so gucke, dann sieht das ja alles anders aus. Die kriegen das hin, diese Orientierungsunterschiede auszugleichen, indem sie den stärksten Gradient, also den stärksten Fall im Prinzip, oder die stärkste Steigung einer Lichtveränderung im Prinzip innerhalb dieses Features jedes Mal neu berechnen und sich danach ausrichten. Und dann kann man die tatsächlich immer vergleichen und matchen. Jetzt haben wir aber das Problem mit dem Fenster. Wir haben jetzt vier verschiedene Ecken. Diese vier verschiedenen Ecken richten sich jetzt nach dem stärksten Gradient, in Richtung jetzt der hellen Fensterfläche aus und zack, sehen alle gleich aus. Für den Rechner, der kann die nicht mehr unterscheiden. So, jetzt kommen wir aber dahin und haben auf einmal einen Gravitationssensor drin, genau wie wir Menschen übrigens auch. Wir nähern uns immer stärker der menschlichen Gehirnarbeitsweise an, da in gewisser Weise. Auf einmal wissen wir, wo ist denn unten? Wir können dieses Strongest Gradient zumindest zum großen Teil weglassen und auf einmal sehen wir, dass aus diesen vier gleichaussehenden Features, an den vier unterschiedlichen Fensterecken vier unterschiedliche Features geworden sind. Das sind alles so kleine Details, an denen wir gerade arbeiten, die langfristig dafür sorgen, dass wir halt eine vernünftige Augmented Reality Experience haben können. Das Ganze als Ergebnis nochmal, es sind alles kleine Sachen. 15% Verbesserung zum Beispiel schaffen wir jetzt mit diesem Ansatz von SIFT oben zu diesem Gravity Aligned Feature Detector unten und man sieht, grün, das sind die richtigen Matches, ist ein bisschen mehr geworden und rot ist ein bisschen weniger geworden. Key Message, alles wird besser, aber es bleibt Arbeit. So, Stereo Kameras. Auch so eine Sache, die wir einfach auf einmal geschenkt bekommen. Nintendo ist jetzt damit rausgekommen, gut, das ist jetzt nicht wirklich ein Handy, aber LG kommt jetzt tatsächlich mit einem Stereo Kamera Handy raus. Hat auch ein Stereo Screen. Alle reden über diesen Stereo Screen, der ist auch cool, ich habe ihn auf dem Mobile World Congress gesehen, aber die Stereo Kameras sind für Augmented Reality ein absoluter Game Changer. Warum? Weil ich auf einmal immer weiß, wie groß die Sachen sind, auf die ich schaue und wie weit sie weg sind. Und damit kann ich komplett neue User Experiences auch gestalten. Hier sieht man zum Beispiel jetzt so einen kleinen Game-Algorithmus, wo man jetzt einen Ritter hat, der steht vor mir in der realen Welt und ich weiß auf einmal, wie tief jetzt meine Hand ist und wenn diese Hand diesen Ritter berührt und das kann ich auf einmal sehen, das kann ich mit einer Kamera wahnsinnig schwer sehen, das kann ich auf einmal wirklich sehen, wenn diese eine Hand jetzt den Ritter berührt, dann kann der Ritter reagieren. Ist natürlich eine total simple Demo jetzt, brauchen wir jetzt nicht über den Content reden oder so, aber die Idee wird klar, denke ich mal. Eine Sache, die Augmented Reality zum Beispiel auch überhaupt noch nicht löst im Moment, ist was, was für uns Menschen total klar ist. Was passiert, wenn ich jetzt hier hinten herlaufe, für Sie selbstverständlich, ich verschwinde. Also fast wäre ich ganz verschwunden. Ich verschwinde hinter diesem Gegenstand. Ist doch total normal. Und wenn ich jetzt hier davor herlaufe, dann verschwinde ich nicht hinter diesem Gegenstand. Also wenn Sie mal darauf achten, im Moment Augmented Reality löst das eigentlich fast gar nicht. Und das ist für Ihr Gehirn wahnsinnig schwierig, weil das einer der wichtigsten Clues ist für Sie, zu verstehen, wo ist hinten, wo ist vorne. Wenn was verschwindet, ist es hinten. Auch da kriegen wir jetzt auf einmal neue Technologien geschenkt. In diesem Falle von, ja, angetrieben durch Microsoft. Die Technologie kommt von der Firma Primesense in Israel. Microsoft hat da auch sehr coole Sachen um und drauf gemacht, muss man ganz klar sagen. Und auf einmal sehe ich, ja, wo ist vorne, wo ist hinten. Meine Hand verschwindet in den virtuellen Geräten. Aber wenn ich sie vor das Gerät halte, oder vor das virtuelle Objekt halte, dann ist sie auf einmal wieder sichtbar. Ja, total trivial. Ist aber technisch auch zum Beispiel nicht so leicht zu lösen. Was kommt noch hinzu? Was wird noch Augmented Reality antreiben? Tablets, ja. Das ist jetzt ein Projekt, was wir 2008 in Japan in einem Museum gemacht haben. Und man sieht vielleicht so ein bisschen, was wir da angestellt haben mit diesem Tablet. Das heißt, da haben wir ein Tablet-PC, der irgendwie so zusammenklappt, Ding. Der hat zwei Kilo gewogen. Man konnte den irgendwie so klappen, dass er auch ein Touchscreen hatte. Und dann haben wir vorne da so eine Kamera noch dran geklebt. Weil das war der einzige Dual-Core-Prozessor in der Größe. Der hatte dann aber keine Kamera. Dann mussten wir die Kamera dran kleben. Dann haben wir noch so einen Sensor dran geklebt. Der klebt an der Kamera. Kann man vielleicht sehen, so groß ist der. Und dann haben wir da noch ein Casing drum gemacht, dass das alles ein bisschen zusammenpasst. Und dann haben wir die Kinder in das Museum da losgeschickt mit dem drei Kilo Equipment. 20 Minuten, später war die Batterie leer. Und all diese Probleme. Aber trotzdem, man muss darauf achten, schauen Sie sich mal das Kind an. Mit drei Kilo brühend warmer Gerätschaften irgendwie in der Hand. Lüfter läuft mit Höchstleistung. Trotz dieses Gerätes freut sich das Kind diebisch. über das, was es sieht. Es sieht nämlich so einen kleinen Typen, der überall über die Kunstwerke springt und diese Kunstwerke erklärt. Wie Pumuckel. Nur in echt und von allen Seiten anschaubar. So, und jetzt auf einmal kommt 2011. Und was kriegen wir geschenkt? Der Tobias Erble wird es heute Nachmittag auch mit dem iPad 2 zeigen. Es ist ein krasses Gerät. Also wir sind absolut fasziniert von der Leistung. Zu dem Battle Android iPhone kann ich gerne auch beitragen. Das ist jetzt ein Android-Gerät. Also es ist ja klar, es kommen tausende Tablets jetzt raus. Das ist jetzt Tegra 2 und so weiter. So. Long-lasting Battery-Laufzeit. Super powerful. Dual-Core Kamera eingebaut. Sensorik eingebaut. Alles drin. Kriegen wir alles geschenkt. So. Und jetzt stellen Sie sich vor, wie Sie in Zukunft durch Museum laufen. Ich verspreche Ihnen, der Audio-Guide, den Sie im Moment sich an den Gürtel schneiden, der hat in Kürze ausgedient. Und die Gespräche laufen. So. Der Joe, den ich vorhin beschrieben habe, der ja AR so zwischendurch mal als Special Event benutzt. Wie sieht der Joe's Augmented Reality in Kürze? Und da ist es einfach die Message, Augmented Reality wird wie der Touchscreen Teil unseres Lebens werden. Wir schauen mit dem Handy auf den Kühlschrank. Erkennen, was uns fehlt. Und dann gehen wir in den Laden rein. Und Sie kennen das vielleicht. Es dauert 10 Minuten, Eier einzukaufen und die ganzen Sachen, die Sie brauchen. Und dann brauchen Sie noch Dinkelmehl. Weil Ihre Frau hat Ihnen gesagt, Dinkelmehl brauche ich dringend. Und dann suchen Sie eine halbe Stunde Dinkelmehl. Und nach einer halben Stunde fragen Sie die Verkäuferin als Mann. Das dauert natürlich, bis man fragt. Halbe Stunde muss man da schon erstmal gesucht haben. Und nach einer halben Stunde fragen Sie die Verkäuferin, und die zeigt Ihnen dann, wo es Dinkelmehl ist. Und das Gute ist, die gute Nachricht ist, in Kürze, wir müssen niemanden mehr fragen. Vielen Dank, dass ich da so viel Verständnis für bekomme. Das wollte ich schon immer mal loswerden. Jedes Produkt erklärt sich selbst. Das ist jetzt hier eine Demo, die wir vom Mobile World Congress zum Beispiel vorbereitet haben. Das ist jetzt, wie wir uns vorstellen, und was auch schon möglich ist, wie ein Drucker im Prinzip wie eine Anleitung eines Druckers in Zukunft aussehen kann. Also, wie tausche ich jetzt den Toner bei diesem Printer aus? Ich halte im Prinzip einfach nur mein Device drauf und ich sehe die Erklärung als Grafik. Quasi, mir macht jemand vor, was ich genau machen muss. Hier, mach die Klappe auf, drück den kleinen Knopf, zieh den Toner raus. Shopping, tausend Anwendungen werden möglich. Und es geht nicht darum, dass eine Anwendung jetzt den Markt beherrscht, sondern es geht einfach darum, dass diese vielen, ganz, ganz vielen, ganz kleinen Anwendungen, ganz kleinen Erleichterungen Stück für Stück immer mehr werden, sodass Augmented Reality dann einfach irgendwann normal wird. Das ist eigentlich die Key Message. So, die Frage ans Publikum. Wer glaubt, dass Augmented Reality 2012 wesentlich größer ist als jetzt? Ja. Okay, habe ich schon mal besser performt, muss ich sagen. Aber gut, kriegen wir noch hin. Von denen aber, die jetzt dran glauben, dass Augmented Reality stärker wird, wer investiert denn in Augmented Reality in 2011? Da wird es schon wieder ein bisschen dünner. Auch kein Problem. Ich helfe Ihnen noch ein paar Argumente auszukramen. Es gibt nämlich noch ein ganz großes Argument. Ich denke mal, die End-User-Experience von so einem Printer-Manual, wenn wir uns jetzt auf das Printer-Manual beziehen, die wird besser. Die Leute, gucken Sie sich an, wir haben mit Lego, mit allen möglichen, ja schon Sachen gemacht und die laufen auch produktiv. Olympia Park läuft ein System im Lego-Store, weltweit laufen die, wo die alle Augmented Reality im Laden machen und begeistert sind. Also die User-Experience, ich glaube, da streitet auch keiner groß, die wird schon mal besser. Es gibt aber noch eine andere Nachricht, es wird nicht deswegen teurer, sondern es wird eigentlich, wenn Sie es richtig machen und langfristig denken, sogar billiger. So, wie wird das denn? So. Und zwar stellen Sie sich jetzt mal vor, das Printer-Manual. Ich könnte jetzt mal ins Publikum fragen, wer von Ihnen ist gerade in einem Projekt, das sich darum sorgt, dass Sie digitalen Content auf fünf verschiedene Plattformen deployen und automatisch die Skalierung anpassen, dass es auf kleinen und großen Geräten läuft, im E-Book-Format, auf dem iPad und so weiter läuft. So. Und da werden wahrscheinlich ein bisschen mehr Leute aufzeigen. Und gleichzeitig dann, Übersetzer ist hier wahrscheinlich keiner, gleichzeitig muss das dann noch in 50 Sprachen übersetzt werden, wenn Sie jetzt global einen Printer verkaufen. Das heißt, wenn Sie jetzt dieses Printer-Manual anschauen und das jetzt heutzutage Standard machen, nur mit Papier müssen Sie ihn übersetzen. Jetzt bringen Sie ihn ganz modern, bringen Sie ihn auf die digitalen Geräte, dann haben Sie einen kleinen iPhone-Screen, ja, da passen die Grafiken wieder nicht drauf und dann haben Sie das iPad da, das ist super. Und so geht es weiter und Probleme after problem after problem sozusagen. So. Und dann kommt noch ein ganz großer Vorteil von Augmented Reality rein. Was ist der große Vorteil, wenn ich diese grafische Exaktion Erklärung anzeige? Der große Vorteil ist, ich brauche es nicht in 50 Sprachen zu übersetzen, denn selbst derjenige, der gar nicht lesen kann, versteht immer noch, wenn ihm einer vormacht, welchen Knopf er drücken muss, welchen Knopf er drücken muss. Man hört ja auch, dass es in Deutschland immer mehr Analphabeten gibt. So, das ist der eine Vorteil, ich brauche es nicht mehr übersetzen. Der zweite Vorteil ist, ich brauche es auch nicht mehr zu skalieren für die unterschiedlichen Geräte. Warum? Weil mein Canvas, ja, die Entwickler wissen, was ein Canvas ist, meine Mahlfläche, wo ich den Inhalt darauf darstelle, ist die Realität. Und der Drucker, der bleibt, egal mit welchem Gerät Sie draufschauen, immer gleich groß. Das heißt, ich kann mit dem iPhone draufschauen, ich kann mit dem iPad draufschauen, dann machen wir natürlich auch Android, iPhone, Abstraction, all diese Sachen auch noch, dann können Sie auch noch mit unterschiedlichen Betriebssystemen draufschauen und Sie machen einmal nur den Content und der Rest macht, den Rest macht Augmented Reality automatisch. Auch das sollten Sie dann nicht vergessen. So, auch noch ein Grund, warum es besser wird. Nochmal zum Thema Content, also es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, loszulegen. Genario zum Beispiel, wenn Sie einfach mal was ausprobieren wollen, ist eine offene Plattform, hat eine offene Schnittstelle. Sie können einfach mit Webtechnologien Content reinstellen und sehen es dann auf Ihrem iPhone, haben Ihren AR-Content auf Ihrem mobilen Gerät, Android oder iPhone. Das gibt dann, entweder können Sie das einfach in der Genario, kostenlosen Genario-App ablaufen lassen oder Sie können sogar basierend auf der Technologie Ihre eigenen Apps anreichern. Das heißt, wenn Sie schon eine bestehende, erfolgreiche App haben, können Sie da natürlich auch Augmented Reality einfach reinbringen. So, weil Content ist natürlich das, was fehlt. Da können wir nichts machen, da sind wir quasi auf Ihre Hilfe angewiesen. Geld verdienen kann man auch noch auf alle möglichen Sachen. Werbung kann man dann einblenden. Man kann Dinge verkaufen natürlich. Zum Beispiel more powerful weapons für all die Zombies, die auf einmal in meinem Wohnzimmer rumläufen, um die auszulöschen und ähnliche Sachen. Das war es von meiner Seite und dann würde ich mich freuen, wenn Sie Fragen haben und wir noch vielleicht eine kurze Diskussion zu dem Thema haben. Vielen Dank. Herr Mayer, hallo, Sie haben ja auch ein SDK, das Sie Entwicklern anbieten, soweit ich das gelesen habe, auf Ihrer Webseite. Wie viele Apps sind denn da bisher bereits damit realisiert worden? Können Sie das so grob abschätzen oder dürfen Sie es sagen? Ja, ich dürfte es schon sagen, wenn ich es wüsste. Also ich dürfte, manche Apps dürfen wir nennen, manche nicht. Also Mobile muss man sagen, kommt seit letztem Jahr erst richtig. Diese Millionen von Endusern, die wir erreichen, die erreichen wir tatsächlich sehr stark auch noch übers Web. Es gibt ja auch Lösungen noch für Web. Da sind es auf jeden Fall Hunderte. Bei den Apps, ich schätze mal, im Moment sind es wahrscheinlich so 40 Apps, die mit der Technologie laufen. Das ist aber, nimmt extrem zu. Also Mobile wird dieses Jahr auf jeden Fall auch der stärkste Markt für uns werden. Also die most famous sind da, Ben & Jerry's hat eine App gemacht, Red Bull, die machen im Moment sehr stark so Marketing-Geschichten. Dann Sita, die machen diese Flughafengeschichten. Dann gibt es Ben & Jerry's, Red Bull, Black Eyed Peas zum Beispiel. Die Black Eyed Peas haben ein Musikvideo, in dem man sich rumbewegen kann, irgendwie gebaut auf unserer Technologie. Also es gibt da alle möglichen ganz, ganz lustigen Apps. Aber es sind tatsächlich bis auf, es sind tatsächlich immer noch diese Special Event Apps, muss man sagen. Gibt es noch eine Frage? Moment. In einem Beitrag gestern Nachmittag war es, da kam mal so eine Idee hoch, Online-Übersetzer ist vielleicht nicht unbedingt das, was sie gerade zeigt mit diesem 3D-Printer-Setup, aber manchmal kann ja auch schon der Text, sage ich mal, nur einfach gehalten werden und wenn ich ja die Möglichkeit habe, einen Text in Englisch als Deutschlands zu lesen, nämlich einfach meine Kamera draufhalte, wäre ja ein Schritt in die Richtung, um auch schon aus Sicht des Herstellers die Anzahl der Dokumentation zu reduzieren. Wie sieht es denn damit aus? Weil da kann ich mir sehr viele Einsatzfälle vorstellen, dass jemand, der Sprache nicht mächtig irgendwo hinkommt und sagt, ich halte einfach mein Device drauf und schon verstehe ich, was der andere meint. Ja, schön, dass Sie es sagen. Also es ist leider nicht von uns, aber es gibt tatsächlich eine App, die heißt WordLens. WordLens oder WordLens. Die haben genau dieses Konzept schon mal umgesetzt. Es funktioniert okay, muss man sagen. Also das heißt, diese Idee, die ist natürlich naheliegend, also haben Sie gut erkannt und die haben auch schon Leute umgesetzt. Können Sie einfach mal ausprobieren, da gibt es eine kostenlose Demo und wenn Sie dann Sprachpakete, müssen Sie dann hinzukaufen. Ich glaube, WordLens heißen die. Aber solche Dinge, also Texterkennung und solche Geschichten, da sind wir natürlich auch dran. Also grundsätzlich wird es immer stärker auch in die Richtung gehen, alles erkennen zu können. Also einfach, ich halte irgendwo drauf und ich kriege sofort ein vernünftiges Ergebnis, was möglichst an diesem Objekt dann auch hängt. Also wir haben dieses Beispiel auch mit dem Drachen gesehen, das praktisch auf Bilderkennung basiert. Ich wollte fragen, die Beispiele, die jetzt im Markt sind, sind das alle auf Kompass GPS basiert beziehungsweise wie weit sind wir mit der Bilderkennung? Ist das noch alles Forschungsstadium? Funktioniert das nur auf den neuesten Handys oder kann man das wirklich auch in einem Projekt jetzt einsetzen? Ja, also es ist nicht mehr nur Forschung. Also wie bei Genario haben wir ja schon Bilderkennung eingebaut, jetzt noch nicht Outdoor, da haben wir noch Probleme mit den lichtschwankenden Lichtverhältnissen, das ist eigentlich das größte Problem draußen. Drinnen oder bezogen auf Magazine und so weiter funktioniert schon sehr gut. Also Galileo zum Beispiel, da haben bei der ersten Show, die wir gemacht haben, haben es 100.000 Leute versucht, gleichzeitig mitzumachen und 40.000 haben erfolgreich gecheckt. Also es geht auch wirklich in der Masse, innerhalb von irgendwie einer Minute haben da 40.000 Leute gleichzeitig diese Bilderkennung durchgeführt. Das heißt, das ist schon da mit gewissen Einschränkungen und das wird jetzt immer stärker ausgebaut. Bei uns ist es schon da, viele andere können es nicht natürlich. Möchte noch jemand eine Frage stellen? Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie so früh schon zugehört haben. Ich hoffe, ich konnte Sie einigermaßen unterhalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Ich bin für's einigermaßen Vielen Dank.